Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Review. Diesmal fängt das Review etwas anders an. Ja, ich melde mich mal vor dem Intro. Nämlich heute geht es um die Übermonster. Ja, ich habe diese Übermonster vor ein paar Monaten reviewt. Da hatte ich aber meine jetzige Kamera noch nicht. Also habe ich sie nämlich mit meiner Webcam gefilmt. Also das Review. Also wundert euch nicht, dass die Qualität etwas schlechter ist. Aber ich habe halt im Moment keine neuen Reviews, da ich halt noch keine neuen Energydrinks gefunden habe. Also zeige ich euch jetzt nochmal ein paar ältere Reviews, die ich halt noch nicht veröffentlicht habe. Und ja, heute kommt halt das von der Übermonster dran. Also wie gesagt, wundert euch nicht, die Kamera ist etwas schlechter und es wird sich natürlich auch bald wieder bessern, wenn ich wieder neue Energydrinks habe. Ja, alles klar. Viel Spaß beim folgenden Review. Na ja, Leute, willkommen zu einem weiteren Review heute mit der Übermonster. Ja, sie ist aus Amerika bestellt auf oder bei drink4u.de. Ja, gut, sie enthält 16 Ounces. Ja, zum Aussehen. Hier sind so eine Phönixe oder Drachen. Hier ist so eine Krone. Hier steht nochmal Energy, Bro. Hier ist dieses etwas kleinere Monster M und hier steht Übermonster oder wie in Amerika gesagt, Übermonster. Bioactivated, Non-Alkoholic. Ja, da steht es nochmal 16 Flue, ne 16 Pound, äh 16.9 Flue Ounces. Also ein bisschen mehr als eine normale Amerikanische und hier ist dieser riesige Kronquatten. Ach nee, 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 ja genau, der und hier, wie man sieht, ich weiß es nicht, da ist so ein Muster drinne, ein M in so einem Adler drinne oder so. Ja, hier ist dieses riesige Kronquatten, kann ich ja mal zeigen als Vergleich. Hier mal ein Desperados-Korten. Also schon echt ein Unterschied. Ähm, ja, meine Kamera spinn wieder. Ja, egal. Ich habe sie schon versucht, so ein bisschen zu öffnen. Und und, ja, also sie dreht sich schon mal. Mh, jetzt muss ich würde es nach einer Seite mal. Ich versuche ihn nämlich nicht kaputt zu machen. Na, das sieht schon mal nach was aus. Schön hier runter. Komm, so, so. müsste ich den eigentlich aufkriegen ach so jetzt habe ich ihn auch hier noch mal was ist meine kamera los naja so hier noch mal riesige krunkwarten noch mal zum vergleich sieht man schon sehr groß gut kommen zum druck also ich würde sagen es riecht nach sehr stark nach dem standard monster ich würde jetzt aber kurz rein ja es ist auf jeden fall sehr dunkel für die monster problem so besonderes gibt es jetzt nicht man sieht es ist auf jeden fall dunkel als normales deutsches ich möchte es auch nicht direkt wie das ganz normale monster es ist ja schmeckt sehr ja ich würde immer sehr sagen es ist auf jeden fall nicht so süß wie das normale monster das schon mal der vorteil und ja wie soll ich das noch beschreiben also schmeckt echt hammer aber sie schmeckt im grund geschmack wie eine ganz normale monster nachgeschmack es ist auf jeden fall echt ein sehr schöner geschmack also ich finde monster ist im ganz so sehr säuerlich das hat der jetzt nicht also ist es ein monster mit weniger säure und nicht so viel kohlen soll ja da ist noch irgendwas anderes genau so habe ich mir auch vorgestellt es ist jetzt ist das erste mal dass ich sie trinkt also in dem video wie das habe ich halt auch schon die farbe gesehen und halt m wie ich schmecken soll und ich habe schon so ein geschmack ausgedacht also so wie er schmecken könnte genau diesen geschmack hat er also es ist wirklich ja es ist es ist einfach ein normaler monster bloß nur mal haben voll in die fresse so richtig so richtig noch mal bäm ja also es schmeckt eigentlich fast wieder monster original bloß dass er nicht so knall süß ist und im nachgeschmack nicht diese säure hat also dieser bleibt auf einer linie im geschmack ja also diese der ist echt gut der ist echt richtig richtig gut aber auch die farbe das normale deutsche monster ist ja heller aber ich weiß jetzt auch nicht wie ein amerikanisches normales monster schmeckt ich weiß es halt nur jetzt durch die übermonster aber also ich finde die konzerne der macht es auch noch aus der ja den schrecken auf jeden fall auch raus aber er schmeckt echt gut und hier steht content milk also ich glaube das heißt das auch noch nicht oder ich denke da ist auch noch so molke oder so drinnen content from milk ja das war's bis zum nächsten mal